Team 1 geht rein. Team 2 geht zur Sicherheitszentrale. Team 3 betritt die Basis. Bravo Team, wir haben gute und schlechte Neuigkeiten. Die Startkontrolle befindet sich einen halben Kilometer südwestlich. Dort müssen Sie die Abbruchkurs hochladen und so die Raketen in der Luft zerstören. Yes, gehen mit den Armys zur Sicherheitszentrale. So, Pricks und ich gehen zur Startkontrolle. Verstanden. Romando, was sind die schlechten Nachrichten? Hm, wir versuchen noch immer die Abbruch kurz zu bekommen. Over. Zum Teufel damit, wir geben uns aber erst das Ende. Alles klar, der Leiter. Captain Price, hier ist 5 Delta 6. Wir sichern den Ostflügel und sind unterwegs zur Bar der Sicherheitszentrale. Over. Verstanden, Delta 6. Wir sind direkt über euch in der Lüftung. Passt auf, wo ihr hinschießt. Verstanden, Sir. Captain Price, hier ist frei, Yankee 6. Wir schoßen den Südflügel auf heftigem Widerstand. Sie haben unseren Zugangspunkt abgeriegelt. Over. Verstanden, Yankee 6. Gruppiert euch mit Team 2 und helft, ihnen die Kontrolle über die Basis zu erlangen. Over. Verstanden, Sir. Wir ziehen uns zurück und schließen uns mit Team 2 zusammen. Yankee 6 Ende. Captain Price, wir senden ihrem Team die Abbruch-Codes, die sie für die Selbstzerstörung der Raketen brauchen. Sie haben noch 15 Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen. Over. Verstanden. Verstanden. Nachsch Pablo. Verstanden, nachsten Surgen Antarctica sind die Kasten nichts mehr. Verstanden. Verstanden, Biathlon! Aufsch elles einsemitte keeping auf die Überras portions. Das war's für heute. 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 Wir werden... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.